Musik Dann wollen wir mal Vorratsplatz Ein Cell Ach ne, warte mal, das ist das andere Ist aber auch wichtig Ich baue ein Zelt Dann sind wir schon mal auf 6 Ich hoffe, da kommen jetzt ganz schnell Neue Stammesmitglieder Und ich sehe keinen Wald Da vielleicht Also wir können zumindest schon mal am Anfang Ordentlich reinklotzen, weil wir die Finanzspritzen haben Aha, da sind die Wälder So, und ein Jäger Ich weiß noch nicht, wo die Tiere herkommen Müssen wir jetzt beobachten Kürzere Distanzen halt, ne? Ah, da unten Da, guck mal Da, 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 da Nicht zu weit vom Feuer weg Da hat jeder Arbeit Das ist schon mal ganz gut Ja, auch wieder der Ich schalte mal auf Zweifach Tempo Bewegen sich ein bisschen schneller, ne? Guck mal, da haben wir schon Das fünfte Mitglied Neu Sehr gut Ähm Nahrungslager habe ich gebaut Steingrube Mach ich jetzt direkt, ne? 60 Holz Sollten wir schnell wieder drin haben Ja Kostet mich noch mal ein Zelt Ich glaub 10, ne? 20, oh Warten wir mal die Nacht ab Oh, komm zurück Aber wie halte ich die bei Laune? Das weiß ich gar nicht Grüne Arznei wird aus Kröten hergestellt Gelb Arznei wird aus Pilzen hergestellt Und die Rot? Aus Mohn Okay Eine Erzmine Hier wird Ruhe jetzt abgebaut Kann nur auf einer Erzader errichtet werden Aber die muss ich erst mal finden, ne? Ausgrauungsstätte Arbeiten Sollen hier nach Relikten Kann nur auf Ruinen errichtet werden Okay Brauch ich denn hier so einen Weitblick? Ja, jetzt gucken wir mal Wie wir das am besten hinkriegen Ne? Danke, Claudia So, alle im Chat Wie war neuer Tag heute? Oder Ja, ne, ne Nicht gestern Ist ja erst 11 Uhr Schon ein bisschen weiter heute Jetzt kann ich aber ein Zelt bauen Oh, mehr Arbeitskräfte Also, ich weiß bis dato jetzt noch nicht Wie wir in Akt 2 reinkommen Ich hoffe, das kriegen wir gleich irgendwie ganz schnell raus Weil sonst können wir hier keine Verbesserungen reinkloppen Ohne Erfahrungspunkte Spiritueller Aspekt Oh mein Gott, was ist das denn? Ist ja noch mehr Kinder der Mutter Diener des Hirten Jünger der Bestie Ich kann hier nix machen Ich muss wahrscheinlich hier diese Teile noch hier fertig machen, ne? 50 Sätze Und das war auch irgendwas Wichtiges Was war das denn nochmal? Relikte Genau Okay Was ist das hier? Philosophien? Ach du Scheiße Das hätten wir auch machen müssen, ne? Deswegen sind die wahrscheinlich auch so abgekackt bei mir Weil ich keine Philosophie vorgegeben hab War na ja, Gräuner Aber ich hoffe, jobben ist die Leute da auch mal Bei dir irgendwie mal besser, ey Ich glaube, das Tag war sehr warm Mit 39 Grad Boah, ich würde glaube ich kaputt gehen Ich weiß noch, als wir da mal so knapp an die 38 Grad dran waren Ich konnte nur mit Venti neben meinem Bett pennen Ging nie anders So, Produktivität geht runter Uff Stammeswachstum minus 3 Einflussnahme minus 3 Alter, das ist ja alles scheiße Ich würde jetzt erstmal auf Freiheit gehen Äh, ich kann's gar nicht anklicken Warum nicht? Wie kann ich meine Philosophie vorgeben? Scheiße Nicht gut Hm, Venti ist nicht Oh, das haben wir nicht gut Ja, das ist natürlich geil, Gräuner Das mach mal Das ist doch cool Gerade auch schön auf dem Fernseher oder so, ne? Kann man gerade die Spiele, die man so hat Ähm, per Pad Die kann man auch schön so zocken Ja, damals so ein Ähm, wie hießen die kleinen PCs nochmal? Mein Gott Ah Habe ich jetzt Multimedia, ähm, ähm Rechner Im Wohnzimmer gehabt Aber ich hätte auch schon überislang nicht mehr genutzt Habe ich nicht verkauft Ausrichtung Also ich kann hier nix machen Keine Ahnung Schade Spirituelle Aspekte Warum kann ich jetzt noch nicht mal mehr klicken? Ach, ich war auf Felsen Ne, geht nicht Hä? Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Ich kann auf nix mehr klicken? Immerhin kann ich mit Kurzwahlbefehl das öffnen Aber warum kann ich jetzt hier nicht mehr klicken? Spiel ist kaputt Ihr hört mein klicken, oder? Ich habe das Spiel kaputt gekriegt Auf jeden Fall gibt es hier noch, ähm, Kurzwahlbefehl Tastatur Dann komme ich da hin Immerhin kann ich hier Noch was erreichen So Äh, wir brauchen Holz Mehr Holz Ist B Holzfällerhütte Guck mal, da kann ich wieder rumklicken, ne? Da oben ist es auch, glaube ich, Wald, ne? Bring mir Holz ran, Jungs Ja, der Jäger hat gut zu tun, ne? Ja, WB, Sigi Der Tag war so unspektakulierlich unnötig Oje Ich habe hier überlegt, Sigi, ähm, noch ein Festival mitzunehmen Ich habe das Reload Festival so ein bisschen auf dem Schirm noch gehabt Aber ich muss jetzt sparen Ich muss noch mal ins Auto stecken bis Dezember, wenn mein TÜV ansteht Nur so sparen Ah, ist so, ne? Wo kann ich denn jetzt hier unten einfach nichts mehr klicken? Das ist doch voll ätzend Wo willst du hin? Achso, das ist Tag, okay Das ist nicht so schlimm Ja, also Fleisch kommt gut rein Holz halten wir so gerade eben Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal ausprobieren, ob wir jetzt hier schon mal sowas aufstellen, ne? Die Gesang erntete den Kröten den Segen der Bestie Das Blumen erinnert uns daran, dass sogar die Schönheit des Lebens aus dem Blut entspringt Und Pilze wachsen, wo die Hirten eins schritten Hm Okay, wir haben jetzt ein relativ gutes Income An Materialien Oh, das ist immer fies, ne? Sie gehen mit Leasing Und meist kommt es dann auch immer knüppelhart, ne? Das habe ich jetzt mal meine Arbeitskollegin gesehen Die sollte durch ihren Leasingvertrag Sollte sie das Auto übernehmen Das war noch, boah, viel zu teuer Sie musste schon nachts sein, weil sie da zu viele Kilometer drauf gefahren hat Und hätte da noch, ähm, ordentlich reinblechen müssen So, holz ist schon mal okay, ne? Bau eine Kultstätte Ich hoffe, das macht sie alle ein bisschen zufriedener hier Dann ernennen wir mal jemanden Ich kann hier auch nicht draufklicken Ja, jetzt habe ich verkackt Kann ich speichern oder sowas? Speichern und beenden Ich kann da auch nicht klicken Ja, das ist aber mies Ich kann nicht speichern Ich habe irgendwas kaputt gemacht Wie mache ich den Testendruck? Per Tastatur Könnt ihr mir das sagen? Mein Klick funktioniert nicht Oder ein bisschen mit dem Rad fahren sie hier dort Ja, das funktioniert leider nicht Ich kann irgendwie, ähm, die gesamte Oberfläche nicht mehr klicken Nur das Spiel selber Ich habe das Spiel gerade irgendwie kaputt gekriegt Aber es gibt doch hier so einen Keybind, oder? Für die linke Maustaste Mein schon Ich weiß noch nicht wie Wir wollen auch nicht mehr sehen Das Spiel war nicht mehr with nie Gott die linke Maustaste Das Spiel wurde mir verbaut, dass es immer lernen wird Das Spiel wurde mir entstanden